Avemos tata! Für den Ausbau der Autonomie und die rasche Umsetzung des Autonomiekonvents, für den Abbau der Bürokratie, für die Heimholung des Stromes und die damit verbundene Preissenkung oder für den überall erfolgreichen Kampf für die Autobahnkonzession, für die Gutherzigkeit gegenüber unseren stark pigmentierten Mitbürgern oder für den Verkauf des Ehrenamts. Den Säulen unserer Heimat, wie sie immer wieder betonen. Und was ich besonders an Ihnen bewundere, ist Ihr Verantwortungsbewusstsein. Kein einziges Mal in diesen neuneinhalb Jahren habe ich gehört, das liegt nicht in unserer Zuständigkeit. Das entscheidet drum. Aber nicht nur als Landeshauptmann haben Sie bewiesen, dass Sie der Richtige sind. Auch als Gesundheitslandesrat ist der Weg mit Erfolg gepflastert. Wir waren Testsieger, wurden am längsten eingesperrt und bei unseren siebenjährigen Kindern sprießen bereits jetzt die ersten paar Tage dank ihrer überall sinnvollen Maskenpflicht. Keine einzige Provinz im Flipflop-Staat setzte so konsequent die Suspendierungen um wie Sie. Und auch deshalb steht unser Sanitätsbetrieb heute besser da wie je zuvor. Und deshalb finde ich persönlich, wäre auch eine Aufarbeitung völlig sinnlos und auch nicht zu rechtfertigen. Die Zerstörung unserer Kultur und der Ausverkauf unserer Heimat müssen unaufhaltsam weitergehen. Und mit wem sonst, wenn nicht mit Ihnen. Auf gute Zusammenarbeit, lieber Mensch. Bis zum nächsten Mal.